in Hessen. Marmelade kochen ist ja das eine, das haben wir auch schon gemacht. Und Kuchen backen das andere. Und genau das machen wir heute. Diesen leckeren Zwetschenkuchen werden wir backen. Gemeinsam mit Bernd Siefert, unserem Konditor-Weltmeister aus Michelstadt im Odenwald. Ist das wieder ein köstlicher Kuchen, den Sie uns mitgebracht haben, Herr Siefert. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Im Odenwald selbst mal Quetschekuchen. Quetschekuchen, na klar. Und was muss dazu? Ein Hefeteig. Ja. Und wie es beim Fernsehen so ist, ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet, weil die Hefe muss ja gehen. Ja. Und deshalb habe ich so ein bisschen die Hefe mit einem Teelöffel Zucker und ein bisschen Milch angerührt. Habe das Mehl obendrauf und das sieht man jetzt hier, dass es so ein bisschen vor sich hin blubbert. Jetzt kann ich den Teig kneten. Also der Zucker hilft, dass die Hefekulturen arbeiten. Auch ein bisschen Nahrung. Also Hefeklotz arbeitet, ja. Genau. So. Und ich mache es mal nicht an, weil sonst ist es zu laut. Den Teig richtig kneten, lange kneten, so vier Minuten langsam und dann nochmal vier Minuten ein bisschen schneller. Und erst dann, ganz wichtig, die Butter dazu. Weil wenn wir die Butter von Anfang an dazu geben, dann ist der Teig zu kurz. Ja, also die Butter geht sozusagen ums Mehl rundherum und das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Und dann wird der Teig komisch hart oder wie? Nee, der ist so zu kurz einfach. Der hat keine Elastizität. Und ein bisschen Elastizität brauchen wir. Dann brauchen wir ein bisschen Mehl, ja. Und dann sollte man den Teig schön ruhen lassen erst mal. Was heißt denn das immer ruhen? Ruhen lassen. Also im Idealfall, man nimmt ein Tuch, ein Handtuch, ja. Legt das über hier so ein, so ein, so ein, tut den Teig aufs Brett, ja. Bisschen Mehl drunter und lässt ihn mal so eine halbe Stunde mal ruhen. Einfach mal ein bisschen, dass das Disgluten, dieses Eiweißnetz, dass sich das, was wir ja beim Kneten so richtig schön stramm gemacht haben, dass ich es ein bisschen entspannen kann. Ja, weil sonst rollen wir und rollen wir und rollen wir und rollen wir und dann kriegen wir das nicht auseinander, ja. Mhm, mhm. Ähm, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt für die zweite Variante entschieden, ich rolle es aus. Ähm, ganz wichtig hier, wenn man so eine Backform hat, ich liebe diese Liftböden, ich finde die einfach praktisch. Ja, auch gut. Ja, weil sonst hat man da immer ein bisschen so, hm, ich kriege es nicht raus, wie auch immer. Und da ist es eigentlich ganz clever, wenn man sowas hat, ja. Ähm, ein bisschen. Ja. Ja. Und dann, ähm, dann roll ich das schon mal da rein, roll es aus, ja, und, äh, wenn ich das gemacht habe, dann tue ich es wieder mit dem Tuch zu decken, das habe ich jetzt schon gemacht. Ja. Und dann lasse ich das mal so für eine halbe Stunde nochmal richtig gehen, dass der Teig schon mal ein bisschen arbeiten kann. ganz wichtige Schritte. Man muss den Hefeteig wirklich mehrmals gehen lassen, das heißt, da passiert immer der Hauptfehler, ja? Genau. Einfach Zeit geben, das ist wichtig. Was ist mit Zugluft? Da gibt es ja auch einige, ist egal. Ja. Quatsch. Ist Quatsch. Und das Leben ist dann doch nicht im Teig. Doch ist er. Aber, äh, das stört die nicht, ja? Okay. Okay. So, dann brauchen wir natürlich die Zwetschgen. Ja. Und wir nehmen, wenn es geht, Zwetschgen und keine Pflaumen. 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 Genau. Wir nehmen die Zwetschgen. So, jetzt machen wir hier mal so. Hier ritzen wir einmal auf. Genau. Ich schnappe mal einer. Und machen den Kern raus. Jawohl. Und das heißt, wir gehen hier einfach der Länge nach. So bis zur Hälfte. Machen das auf, ja? Und dann schneiden wir hier so, dass es die Haut nicht ganz durchgeschnitten wird. Mhm. Dass es noch so ein bisschen zusammen bleibt. Mal probieren. Sehr, sehr gerne. Genau. Und das hier, was man hier so sieht, dieses Milchige, das ist der Duftfilm. Daran erkennen Sie, ob die Zwetschge frisch ist oder nicht. Also das können Sie abwaschen, abrubbeln oder auch einfach dran lassen. Das ist einfach nur ein frisches Merkmal. Guck mal, jetzt habe ich was gelernt. Ja, siehste mal. Das ist der Hammer. Und ich kann auch noch den Unterschied erklären zwischen Zwetschge und Pflaume. Das ist der Unterschied. Das ist eine Pflaume. Pflaume hat ein bisschen was von einem Tennisball. Ganz rund und eigentlich auch ein bisschen violetter. Und die Zwetschge, die ist einfach nur richtig schön blau und hier so länglich. Und fürs Backen nimmt man eben immer die Zwetschgen, weil die aromatischer sind. Ein bisschen säuerlicher. Wenn es geht, ja. Und immer gucken, dass auch die ganzen Steine raus sind, weil sonst wird es problematisch für die Zähne. Immer ganz wichtig. Das Rezept finden Sie natürlich wie immer auf unserer Hallo Hessen Seite oder Sie scannen den QR-Code. Genau, unser leckerer Zwetschgenkuchen. Darf ich? Ja, gerne. Wieso macht... Ja, bitte. Und aufpassen. Bei mir als Mann ist es ja egal, wenn ich mit braunen Fingern durch die Gegend renne. Aber als Frau ist es natürlich immer so ein bisschen problematisch. Die Gerbsäure, die macht die Finger ein bisschen braun. Da geht man danach mit ein bisschen Zitronensaft dran. Okay. Dann kriegt man das wieder einigermaßen gut weg. Oder man nimmt ein paar Gummihandschuhe. Dann geht es natürlich auch. Hinterher einfach mit Gummihandschuhen rumlaufen. Nein, nein. Nein, vorher. Wann wird es? Ich weiß. Wenn es geht vorher. So, und da habe ich jetzt gerade so ein schönes Beispiel. Das ist so eine matschige. Ja. Was machen wir mit dir? Und wenn die so ein bisschen matschig sind, sind die eigentlich überreif. Die sind perfekt dann für Marmelade kochen. Mhh. Ja. In Odewald Sechner. Latveje. Latveje. Ich weiß, das hatten wir mal hier als Gewinnspielfrage für unsere Tasse. Latveje. Pflaumenmus. Ja, ja. Und wir machen ja eigentlich Quetschekuchen, ne? Genau. Das ist so der, der, der fast so eine Ur-Odenwelle, fast ein ur-deutscher Kuchen. Obwohl es eigentlich gar kein Kuchen, gar kein, ja doch, Kuchen ist es. Quatsch, jetzt erzähl ich Mist. Ja. So. Aber, ganz wichtig ist, wenn die Zwetschen zu saftig sind, dann laufen die davon nachher. Dann haben wir so eine extreme, extreme Suppe sozusagen. Und die extreme Suppe, die kann man natürlich auffangen, indem wir vorher ein paar Brösel, Biskuitbrösel unten, bevor wir die Zwetschen reinsetzen, rein streuen. Dann, wenn die Zwetschen saften, dann wird es gut. Sehr, sehr hübsch aussieht. Jetzt sehe ich hier, haben wir noch ein paar hübsche Streusel drauf. Genau. Und das, das will ich jetzt mal kurz so von Anfang an zeigen. Streusel, Zucker, Mehl, ein bisschen Salz. Ich tue jetzt ein paar geriebene Mandeln, geschält rein. Mhm. Und dann einfach flüssige Butter dazugeben. Mhm. Und schon haben wir unsere Streusel, im Old World Seychmer Ribbel dazu. Ribbel? Ribbel, weil die mit den Händen geribbelt werden. Ui, ich liebe Streusel. Und das ist jetzt, das ist jetzt die Frage, die einen sagen, ah, ich mag keine Streusel. Der andere sagt, ich liebe Streusel. Jetzt kommt die Frage, Streusel mitbacken oder Streusel vorbacken. Ich habe sie vorgebacken, damit sie richtig knackig, knusprig. Wenn man sie jetzt so ribbelt, draufribbelt, ja, dann sind die ja von unten nicht so ganz gebacken. Das ist immer so ein bisschen teigig. Okay. Der eine mag das, der andere mag es nicht. Das ist jetzt eine Entscheidungsfrage. Das heißt, wir geben die aufs Backblech, dann werden die vorgebacken und dann erst. Genau. Und jetzt machen wir gerade mal die zweite Variante, grad mitbacken. Das sind halt so diese Tipps, die ein Konditor-Weltmeister einfach mal so aus dem Ärmel schüttelt. Das ist der Unterschied. Der kleine, aber feine. Ja, aber das macht es natürlich raus. So. Superschön. Und bei wie viel Grad, wie lange kommt unser lecker Quetschekuchen jetzt da in die ... Also, da der Hefeteig ja schon jetzt schön gegangen ist, vorher gegangen ist, brauchen wir den nicht nochmal für eine halbe Stunde gehen lassen. Jetzt darf der gleich in den Ofen. 190 Grad, Ober- und Unterhitze. Ja. Und so eine halbe Stunde. Und dann mal mit dem Messer so kurz drunter lupfen und gucken, ob er wirklich gebacken ist. Und dann ist alles perfekt. Wunderbar. Wunderbar. Also, Zwetschgenkuchen à la Bernd Siefert. Richtig köstlich. Und damit der Hefeteig auch richtig gut gelingt, ist es wirklich wichtig, dass hier der Hefe eine Chance geben zu arbeiten. Also, deswegen geben wir da ja auch Zucker mit rein. Und der ganze Hefeteig muss gehen dürfen. Also wirklich ein Küchentuch drüberlegen, halbe Stunde in Ruhe lassen. Und dass der sich nochmal schön entspannen kann, der Hefeteig, nachdem wir ihn quasi so ein bisschen geknetet haben. Es muss sich alles beruhigen, entspannen, dann wird's ein super Kuchenteig. Bei der Hitze wird es so langsam Zeit für eine Eisbombe. Und genau die machen wir heute. Darum geht es. Das hier ist unsere tolle Eisbombe. Parfait d'amour. Also, viel Liebe wurde da auch verarbeitet. Ohne Ende. Von Bernd Siefert. Nochmal ganz herzlich willkommen. Unser Konditor-Weltmeister aus Michelstadt im Odenwald. Und bevor die Eisbombe schmilzt, können wir die gerne auch wieder retten. Schafft die das ein bisschen? Ein, zwei Minuten schafft die die. Die sieht so gut aus. Die sind lecker. Eisbomben sind perfekt. Ich freue mich schon aufs Essen. Aber viel wichtiger ist es, wir wollen sehen, wie wir die zu Hause auch so schön hinbekommen. Ich hab extra mal keine Eismaschine verwenden. Ich hab gedacht, wenn man zu Hause keine hat, dann ist es schwierig. Weshalb ein Parfait, ein halbgefrorenes. Das ist viel, viel einfacher. So. Ich hab jetzt hier dampfendes Wasserbad. Ja. Zucker. Eigelb. Und Eier. Ganze Eier. Das muss die ganze Zeit auf dem Wasserdampf gerührt werden. Bis es bindet. Diese Bindung ist ungefähr bei 85 Grad. Ja. Sollte dann ungefähr eine Minute sein. Und dann. Man kann auch die Aromen schon vorher dazugeben. Ich wollte es jetzt nur im Odenwald machen. Dazu kommt frischer Ingwer. Und ganz wichtig, eine Liebeszutat sozusagen anstatt der Vanille. Weil Vanille war ja sozusagen das Schwierige bei den Mönchen früher. Die durften ja keine Vanille zu sich nehmen, weil das die Liebe so ein bisschen angeregt hat. Und die Tonka-Bohne, die hilft dem Ganzen so ein bisschen in die Richtung. Die ist auch so ein bisschen moschusartig. Also man riecht es vielleicht schon. Ja, man riecht das. Oh, ganz fein riecht die Tonka-Bohne. Finde ich auch. Also wir werden die aber auch schmecken, ja? Absolut. Und jetzt vom Wasserbad in die Kälte. Jetzt vom heißen in die Kälte. Und dann muss man so lange rühren, bis das kalt ist. Ja, das ist jetzt hier mit dem Eiswasserbad relativ schnell, ja? Mhm. Das geht relativ schnell. Okay. Wenn man es noch perfekt machen will, tut man das hier in so eine Küchenmaschine rein und schlägt das so lange schaumig, bis es kalt ist. Okay. Es dauert es aber ein bisschen zu lang, deshalb machen wir die schnelle Variante. Mhm. So, dann habe ich Erdbeerpüree, das kommt dazu. Oh Gott, das sind wieder so tolle Zutaten. Also ganz normale frische Erdbeeren, einmal durch den Mixer gejagt. Mhm. Und dann haben wir schon mal. Da haben wir dann die Farbe, die wir auch wollen. Da haben wir die Farbe, die wir wollen. Soll ich die retten? Die schwitzt? Nee, alles gut. Die hat noch Zeit. Okay. Die hat noch Zeit. Ich bin Angst um unsere Eisbombe. Nein, 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 nein. So, dann brauchen wir Baiser. Und Baiser habe ich jetzt hier so ein bisschen klein gebröselt. Kann man natürlich kaufen, kann man aber auch selber machen. Mhm. Ich habe natürlich das passende Rezept. Kann man glaube ich über einen QR-Code abrufen. Ja, bei uns auf der Hallo Hessen Seite. Oder Sie scannen den QR-Code, den wir dann auch gleich einblenden. Also eine Eisbombe mit ganz leckeren Zutaten. Erdbeerpüree und ja. Tunkerbohne, Ingwer. Und für das Baiser brauchen wir Eiweiß. Mhm. Zucker. Einmal. Das tun wir dann schaumig schlagen. Ja. Eine Prise Salz dazu. Und dann habe ich hier nochmal Puderzucker und nochmal Kristallzucker. Das gibt dem Ganzen so eine knirschige Note. Ja. Der Kristallzucker. Der Kristallzucker, ja. Und das wird dann entweder so in Herzform aufgespritzt oder für den Boden, für unsere Eisbombe. So wie so eine Schnecke aufdressiert. Das ist also unser Boden. Unser Boden, ja. Also man kann natürlich auch einen Biskuitboden verwenden. Ja. Das ist ja auch kein Problem. Wichtig ist nur, dass beim Baiser, dass der Eischnee erst stabil ist und dann der Zucker drunter gehoben wird. Wie Mehl im Endeffekt. Okay. Wenn man das nicht macht, dann wird das cremig und dann wird er so knatschig. Das ist nicht so schön. Okay. Und wichtig, bei 120 Grad trocknen, nicht backen. Was heißt das? Was ist da der Unterschied? Wenn wir jetzt backen, dann wäre es so 175, 160, 200 Grad. Ah, okay. Dann wird das einmal kurz hochgehen und dann zusammenfallen und dann auch nicht gut. Das heißt, trocknen über Nacht am besten. Man macht den Ofen an bei 120 Grad und dann tut man so einen Holzrühlöffel rein, lässt es über Nacht trocknen und dann ist der eigentlich perfekt und kann auch sehr, sehr lange aufgehoben werden. Bei 120 Grad? Ja. Über Nacht? Ja. Entweder 120 Grad anfangen und dann einfach trocknen lassen. Okay. Alles klar. So, jetzt haben wir das schon runtergekühlt. Ja. Jetzt brauchen wir noch die passende Sahne. Die habe ich schon vorgeschlagen. Und unserem Baiser. Alles gut noch mit der Bombe? Ja klar. Nein, 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 nein. Alles entspannt. Ich meine ja nur, weil hier im Studio haben wir auch ein paar Grad. Das ist ein bisschen, also ich merke es da auf der Stirn, das ist schon schwierig. So, jetzt habe ich hier mein Baiser und meine Sahne. Ich hole mir mal einen Löffel, da ist es ein bisschen einfacher mit dem Unterheben. Toll, oder? Ich habe eine Eisbombe mal selbst gemacht. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist gar nicht so schwierig. Mhm. So, haben wir dann was, da haben wir was. Und einfach wirklich ein Highlight-Dessert. Das absolut. Ja. Das absolut. So. Und dann, wie gesagt, die Sahne nach und nach unterheben. Gibt es auch sonst immer nur im Cluburlaub am Buffet. Zum Beispiel. Eine Eisbombe. Die Traumschiff-Nummer schlechthin. Genau, mit den Kerzen drauf. Ja, genau. Kann man ja auch machen. So, das wird jetzt richtig schön vorsichtig untergehoben. Mhm. Bis das eine richtig homogene Masse ist. Und wenn wir das haben. Ja. Dann kommen noch so ein paar kleine rote Punkte rein. Und die kleinen roten Punkte, die mache ich mit tiefgefrorenen Himbeeren. Mhm. Dann nehme ich mir einfach tiefgefrorenen Himbeeren aus dem Tiefkühlfach. Ah. Ja, nicht naschen. Nee, 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 das ist nur aus Versehen passiert. Ja, natürlich. So. Und dann tun wir einfach nur die tiefgefrorenen Himbeeren so ein bisschen klein bröseln. Das geht so ganz einfach. Ja, ja. Obwohl die tiefgefrorenen Himbeeren. Ja, klar. Oh, wow. Muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja. Ja. Man kann natürlich das in ein Küchentuch rein tun und mit dem Rollholz noch ein bisschen drauf rumhauen. Dann kann man das oder man tut es einfach im Ganzen rein. Geht natürlich auch. Und wenn wir das schön untergehoben haben, das reicht jetzt entweder für so eine große. große. Die können wir gerade sozusagen in der Schüssel lassen. Mhm. Oder wir füllen es in so eine kleine halbe Form um. Da haben wir zwei Stück. Die kann man natürlich auch super gut aufbewahren. Also auch jetzt nicht bis Weihnachten, aber zum Beispiel für Weihnachten. Das kommt ja auch mit großen Schritten auf uns zu. Dann kann man das auch im Tiefkühlschrank für tatsächlich ein paar Wochen ohne Probleme aufbewahren. Ja. Das ist ja auch mal Vorarbeit im Hochsommer schon mal. Das vielleicht nicht. Das ist sehr wichtig für die Weihnachten. Also ein, zwei Wochen vorher an Weihnachten machen, das ist überhaupt kein Thema. Ne? So. Und wie gesagt, das entweder so lassen. Ja. Und einfach einfrieren. Oder ich mache es jetzt mal so. Zack. Schön in die Form rein. Und gar nichts oben tragen. So. 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 Damit wir es dann eben umdrehen können. Das ist dann die Bombe. Genau. Entweder gleich oder nachträglich. So. Das kommt jetzt in den Tiefkühler. Und man sieht hier mit dem Ding, das eiert so ein bisschen rum. Deshalb ein Ring unten drunter. Ja. Und dann ist das kein Problem. In Tiefkühler mindestens über Nacht. Ja. Ganz wichtig. Und ähm. Genau das haben wir schon gemacht. Wir überspringen diesen Schritt. Haben wir schon mal vorbereitet. Und da ist unsere Eisbombe. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wie kriege ich das aus der Form raus. Und das ist total einfach. Bisschen schließendes kaltes Wasser. Mhm. Drüber laufen lassen. Wie mit Eiswürfeln. Ja. Dann löst sich das. Und schon ist sie fertig. Toll. So. Uns gefällt diese Eisbombe. Dann kann ich natürlich das ganze Ding noch dekorieren. Sprich, ich kann mit, entweder mit dem Baiser arbeiten. Oder ich kann auch mit einer Glasur arbeiten. Ich habe jetzt eine rote Erdbeerglasur. Die Eisbombe muss natürlich gefroren sein. Das ist ganz wichtig. Und ich habe hier die Rezeptur schon einmal fertig. Ja. Hier brauche ich Gelatine dazu. Ich brauche Glucose dazu. Ich brauche Zucker dazu. Ich brauche Erdbeer wieder. Püree dazu. Erdbeersaft. Oder ein Granberrysaft. Oder irgendwas Rotes auf alle Fälle. Und als Bindemittel, zusätzliches Bindemittel ist Pektin mit drin. Pektin brauchen wir ja für Marmelade kochen. Genau. Und das stabilisiert das Ganze. Und einfach nur noch drüber schütten. Die Baisets. Das läuft uns nicht davon. Das bleibt oben. In dem Moment, wo es gefroren ist, tropft das so ein bisschen runter. Deshalb ein Tortengitter oder sowas verwenden. Und dann ist das eigentlich alles ganz entspannt. Ja. Und dann einfach nur noch so ein paar Herzchen als Deko dran kleben. Genau. Und wer zu faul ist, einfach ein bisschen Sahne drauf tupfen. Und das dann drauf. Ein paar Beeren drauf. Super. Da kann man kreativ sein. Sie haben sich mal wieder selbst übertroffen. Ja, bitte. Ich nehme mal die Eisbombe fort. Jetzt dann doch, ne? Dann doch, ja. Okay. Bernd Siefert. Also herzlichen Dank für diese tolle Eisbombe. Das ist auf jeden Fall mal ein ganz anderes Dessert. Auf Depression. Ja.